Hi, servus, hier ist wieder euer Tarkovlo und ich habe auf den Knopf gedrückt. Prestig 3 angefangen, dank Double XP ging das Ganze ja recht flott. Und ja, das Ganze passierte nach der Nacht, deswegen bin ich im nachfolgenden Video auch etwas schlapp. Aber ich wollte unbedingt noch eine Runde aufnehmen, nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Also dachte ich mir, dann fängst du mal Herrschaft an. Lief auch so an sich eigentlich gar nicht schlecht. Ich denke, so ein, zwei Stellen werden wir in der nächsten Montage sehen, die ich schon so am Sammeln bin ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist eine Runde zu wenig, zu Lustiges passiert, dass ich so denke, nö. Das hier war übrigens der Last Kill, dank dem Headshot. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ah ja, stimmt, die Quest habe ich noch erfüllt. Das war eigentlich der Grund, warum ich dann gerade die Runde nehmen wollte. Aber dann ist was Besseres passiert und zwar das hier. Fucking Hacker Report mit D, meinen Tugenden widmen. Ein Hacker. Yes, of course you dirty motherfucker. Bruno Bang mag mich nicht. Wie es dazu kam und wie die Runde frei für alle auf Sankt Marie Dumont ausgeht, seht ihr jetzt. Dirty Hacker, fuck your mother. Ja, und wie gesagt, hatte Nachtsicht. Ich bin ein bisschen müde, deswegen am Anfang mehr lustigeren Siegelhinder, gut weniger Gerede. Aber so ab der Mitte, so wenn ich wach werde langsam, wird es dann auch wieder lustiger und ich rede auch ein bisschen mehr. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und ignoriert bitte einfach, dass ich mal zwei Schuss brauche. Oh, nervt mich selbst. Ich verrasche. Sek�氏. Ja. 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 Bäm! Alter, wo soll dann die Kugel hingehen? Ohne Witz! Wer ist schon wieder? Wo soll dann die verfickte Kugel landen? Der Flur ist einen Meter breit. Fünf zu acht. Ah, shit. Ich brauche nicht den Schwieg. Jetzt werde ich mal einen Kill gebracht, der Kackfalle hier. Fick dich doch, renn doch im Kreis. Ich komme mir vor, ich komme mir vor, als würde er nur noch Franzosen spielen. Alter. Ich warte. Und profitiere. Ich glaube, Geduld ist das, was mir meistens fehlt. Oh, das ist geil. Geduld ist der Shit. Und lautlos ist eines der Shit. Da hört man die anderen viel, viel besser. Aufklärungsflieger bereit für die Mission. Aufklärung aktiv. Wir haben ein Auge am Himmel. Er ist hier durchgerannt. Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt. Netzbombe für Mission bereit. Aufklärungsflug abgeschlossen. Nein. Netzbombe ist in Gedanke. Nein. Kurz vor dem Master Strike. Scheiße. Am Tab vorbeigedrückt. Sack, lass mich spawnen. Das ist immer Nummer eins. Und ich mich wieder meinen tugendhaften fucking Hacker Report mit D. Meinen Tugenden widmen. Oh Gott. Echt, ey. Jetzt hast du mich aber unglücklich erwischt. Oh, ne. Ich bin wieder Zweiter. Zack. Aus der Luft geholt. Yes, of course you dirty motherfucker. Ja. 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 Dirty Hacker Slut. Dirty Hacker Slut. Fuck your mother. Oh. Ich habe einen Pilz geholt. Verdammt. Ich hack doch gar nicht. Oh, der Bruno Bang hat das Spiel verlassen. Ich habe es gewusst. Kann ich mich mal spawnen lassen? Meine Fresse. Was soll denn die scheiße? Das sind meine Steps scheiße. Aha. Wenn wir da hoch ans Feld. Das gefällt mir besser. Hier einer rumlümmel. Ich wollte es gerade schon sagen. Der Obercamper. Oh, ey. Ohne Witz. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Ich finde die nicht. Die gammeln nur. Was ist die Musik so laut? Der Arsch macht nicht so laute Musik in so einem Spiel. Nein. Ach. Fick dich doch. Walter Wolfze. Das ist ein Arschloch. Wenn du als das Strike vorhin wäre es gewesen. Das wäre der Win gewesen. Ach. Ach. Jetzt sterbe ich nur noch. Ach. Zwei Akadelen. Frei für alle. Ich habe ihn noch mit betroffen mit der Granate. Ja. Manni. Eigentlich würde ich die scheiße jetzt ja gar nicht mal hochladen wollen. Aber. Wegen dem coolen Bruno. Mach ich es doch. Und ich frage mich schon warum die erste Kugel den Nitschen getötet hat. Ging genau dahin wo die auch hinging. Naja.